Der Pfad ist der Guru. Guru ist der Pfad. Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden. Ein Guru ist nicht jemand, der dir nur eine Philosophie oder eine Lehre oder sogar eine Übung vermittelt. Er legt seine eigenen Energien als einen Pfad aus. Wenn du diesem Weg gehst, gehst du auf deinem Guru. Schreite sanft und sorge dafür, dass dieser Weg dich zu neuen Möglichkeiten führt. Dies ist kein Weg, auf dem du sitzt. Dies ist kein Weg, auf dem du herumtrampelst. Es ist ein Weg, den du sanft beschreitest. Denn wenn du auf diesem Pfad gehst, bedeutet das, dass du auf den Lebensenergien deines Gurus gehst. Mach diesen Weg zu einer großen Möglichkeit, die dich an Orte und in Dimensionen führt, die du dir nie vorstellen konntest. Möge dieser Weg deine Befreiung werden, deine ultimative Erfüllung.